So, dann wollen wir mal dem, äh, dem Hauptmann Bescheid geben. Wobei wir sollten vorher noch eine andere Sache machen, und zwar, was halt nirgendwo im Spiel, also zum einen noch Sachen verkaufen, ja, hat derzeit reichlich Öl. Dann ist ja alles gut. Wahrscheinlich füllen sich die Dinge auch auf, wenn man schlafen geht. Das ist ein Ort, das ist ein Ort. Wie soll ich das sein? Are you in the market for something in particular? schau diga goldzahn ja bitte direkt verbessern genau das sind wahrscheinlich harpienfedern an meinem hut nächst höher greifen fittig dass ich mich raten meine leute sind wieder alle zu weit entfernt schubst die frau einfach aus dem weg danke herr come take a look you'll be glad so 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 das war das was ich verbessert hatte das würde dir sogar helfen das beinkleid dann ziehst du das einfach an so 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 ach ne das kannst du gar nicht ausrüsten das kannst du auch nicht ausrüsten also ist eh egal das einzige was ich damit machen könnte ist das auch einlagern wenn ich es nicht verkaufen will aber äh doch wir verkaufen es so Und Qualität ist was du nötig, wenn du zu... ... 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 Das ist alles schlechter als das, was ich gefunden habe. Ist das eh egal. das maximale gewicht das jemand tragen kann leicht erhöhen nein ich habe kein normal aussehenden schar gemacht siehst du auch wie hässig der ist ich habe kein normal aussehenden scharfe Ja bitte direkt alles auslusten. Alles für den guten Leo. Na toll, Alteisen haben wir, Silbererz zu wählen hier. Obwohl wir gerade in dieser einen Miene waren. Aber ein Reisestein kostet 10.000 Gold. 155.000 Gold für eine formelle Kleidung. Nur ein Rüpelwürde des Wagenschloss Venon ohne sie zu betreten. 150.000 für vornehme Beinkleider. Aber wir könnten die Fußsoldatenkleidung nehmen und uns so als, das ist die Lösung von dem Quest um in den Kerker zu kommen. Man kann sie einfach als Fußsoldaten ausgeben und dann kommen wir da rein. Aber wir gehen jetzt erstmal wirklich den Hauptmann suchen. Der bestimmt einfach in der Bar immer noch hockt. Willkommen in der Stubwee, Sir. All manner of fine ales hier. Willst du dir eine Karte, um dich zu beginnen? Willst du dich getrennt? Willst du dir? Willst du dir die Karte? Willst du dich her? Willst du dich? Willst du dich gerne? Willst du dich her? Ich bin ein bisschen wie ein Wettbewerb, duhst du. Ich bin für eine Woche weggegangen, mit niemandem zu sein, um die Haus in meinem Stead zu machen. Fieh not, ich nur für deine Namen, um ein Tenant zu bezeichnen. Du musst dich nicht mit der Klinik machen, und ich glaube, dass du nicht in der Klinik bleiben musst. Ich würde sehr verletzten, wenn du einfach meine Haus ein Wegpunkt für deine Reise auf. Das ist gut. Triff sie bei ihrem Haus. Ein Kind, was nicht psychomäßig aussieht. Sie kamen. Sie sind nicht so, dass ich hier eine große Rolle. Sie sind gut zu sehen, Freund. Also, was Sie sagen? Sie interessieren, dass Sie hier leben, in meiner Absenzierung? Wie ich sagte, Sie sind nicht zu beschäftigen, um sich ein Ort vertreten zu liegen. Und jetzt bin ich Hausbesitzer oder Hausbesetzer. Mit der Möglichkeit Sachen hier einzulagern. Und vor allem gehen wir zu viert in ein Bett. Oder meine Vasein bleiben alle vor der Tür. Oder sie werden den Riffstein abgeschoben. Ich weiß nicht was guter Schlaf ist. Ach der geht jetzt erstmal nach hinten. Weil wir können uns ja nicht am Tresor unterhalten. Wir müssen dafür rausgehen. Das gibt mir sogar die Maske dafür. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. While examining the palace ledger for evidence of the queen regent's misdeeds, I made a curious discovery. For some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Romand. I dare say, t'was not an item chosen idly. May I have this knowledge, will guide us in our pursuit of the false sovereign? It is a frail hope to be certain. Yet all the same. I would ask that your majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. The falsche Souverän, die sie genommen hat. I am glad to hear it. For I cannot shake the feeling, that uncovering the identity of the false sovereign, is the key to unraveling these schemes and securing your enthronement. You can count on me to fly to your aid in your hour of need master. Knowing when to use curatives is my specialty. We will find much better rest in an a boat. Was? Besser als in a boat? Aber ich möchte gerne ein Hausboot haben für meine Truppe. I sense eyes upon us. Ich denke, dass wir beobachtet werden. Ich denke, dass wir beobachtet werden. Ich denke, dass wir beobachtet werden. Ich sehe das Leben als eine Reise. Was? Hm. Du! Hm. Was ist los? Er rennt einfach weg. Du! Ja, er rennt weg. Das ist verdächtig. Und deshalb koche ich ihn mir an. Mh? Das sieht so aus, wie ein Wälder. Das sieht so aus. Äh. Ja, warum nicht? Warum verfolgt ihr mich? Was? Nichts? Ich habe keinen Grund, um dich zu verletzen. Ja, ja. Du hast dein Koffer. Das ist so, wie es funktioniert, nicht wahr? Greed wird dich nicht mehr, Freund. Aber keine Angst. Du brauchst nicht, wo du gehst. Ich hoffe, du hast nicht erwartet. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind jetzt in den Knast. Mit aller Wahrscheinlichkeit. Er ist ein Agent, der von Batal. Ich dachte, ich komme jetzt in den Knast. Das war ein bisschen, äh, undurchsichtig. So vom Ablauf. Das war's für mich. Das war's für mich. Das ist selbst so was dämlich ist, wie eine Maske Gewicht hat. Das war's für mich. Das war's für mich. Oh, Meister. Was soll das hier? Nachts rumstehen ist verboten. Hm. Er versperrt die ganze Straße. Das fotografiere ich und zeige ich an. Ich hab den Brief übergeben. Ich hab den Brief übergeben. Mein Freund. Ich hab das angenehm, dass du von Quests eigentlich nicht so zugeballert wird. Also es... Nach und nach tut sich das halt auf. So, ein paar Tage zurückkehren. Das Dorf ohne Namen. Wer gibt hier am östlichen Rand von Vermont und finde... Vermont? Und finde so viel wie möglich über die Herkunft des falschen Souveränen raus. Der Thronräuber. Besuche eine Woche regelmäßig das Haus. Das Dorf sich nochmal angucken. Die verzierte Dose. Nach einigen Tagen ihn nochmal aufsuchen. Das ist ja alles okay. Aber wir müssen jetzt erstmal zum Dorf. Marcus. Hm, ich hätte doch noch einen anderen Bogen gucken können. Ich glaube, ich habe noch nicht den teuersten. Sind das Geister? Ich glaube schon. Ja, ihr Lichter oder Geister? Lest all that Vim doesn't waste. Use these flames to smite our enemies. Da ist ein Goldkäfer. Wie ein halbes Kilogramm ertragen. Es gibt keinen Sinn, dass das Gegner die Außenkarte zu bekommen. Der früchte Gryphon bekommt den Wurm, wie sie sagen. Wir waren ja bis jetzt noch nicht viel nachts unterwegs. Nachts sind ja ganz andere Gegnertypen unterwegs. Und die haben uns zum Beispiel 30 Rift-Währung gegeben. Wir trounced unsere Foe well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves in every battle. My sword strikes true! Aber bis wir was vergessen haben in der Stadt, dass ich nochmal zu den Gildentypen gehe. Aber ist nicht schlimm. Ich komme auch mit den aktuellen Fähigkeiten klar. Das scheint aber auch irgendeine Art Dorf zu sein. Das ist eine Art Dorf zu sein. Ich habe keine Präferenz bei meiner Kleidung. Es passiert einfach von sich aus, dass ich aussehe wie so'n Scharlatan. Der Kampf ist vorbei, Idiot! Ah ne, doch nicht. Ich habe gesehen wie die Totenschilder rauskamen. Als er Schienen gestorben ist. In der Welt wäre ich gerne, also wenn man so'n Uplink hätte. Und mit dem Gehirn einfach direkt wie bei Twilight Online im Anime. Wäre ich gerne in dieser Welt hier. Weil sie einfach cool ist. Wir haben ja keine Goblins. Nimm das, Zombie! Mach's mal bitte, äh, Feuerschaden auf unsere Waffe. Das kann ich nämlich keinen Schaden machen gegen die. Das haben sie eigentlich auch ganz cool gemacht. Ich denke, ich denke, dass es ein Schaden gibt in diesem Bereich gibt, wenn ich es in anderen Ländern habe. Kann ich gehen? Auch da bekommt die grauligen Goldszene her. Von irgendwelchen Wiedergängern. Wiedergänger. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Ey, so'n schönes deutsches Wort. Ach, man merkt dann, da ich alt werde. Jetzt wird schon die deutsche Sprache schön. Ihr macht das schon. Poison oughtn't to be cured with all due haste. Bling! Ja, nur noch 800, ne, 980 Level. Also doch, durch die Explosionstruhe kann ich jetzt in das Gebäude rein. Dadurch ist der, äh, Balken weggesprengt worden. Dadurch, dass bei dir am anderen auch machen können. Wir standen ja schon mal vor so einem Haus, wo wir nicht rein konnten. Aber ich glaub, da muss ich einen Explosionspfeil benutzen. Um die Tür aufzusprengen. Oder halt irgendwas anderes, was eine Explosion hervorruft. Ich hab niemanden zum Sterben zurückgelassen. Sie helfen sich einfach manchmal nicht. Wenigstens kann man nachts gut diese Goldkäfer finden, die mein, ähm... ...wodurch ich mehr Gewicht tragen kann. Das hat also alles, alles seine Vor- und Nachteile. Was ist das hier? Ein Juwel, das als Talisman geschätzt wird. Selten im Land der Elben zu finden. Nur Verkaufskram. Äh, das ist mein Haus! Mein Haus, meine Wege! Das ist mein Haus, die Elemental Boom! Die Umwand! Und hier geht's uns wieder. I don't suppose begging for a reprieve would get as far with one of this lot. Understood. Warum kann eigentlich mein Zauberer nicht grieverflunke Licht im Dunkeln? Ich bekomme das. Du musst dich nicht beschleunigen. Ich würde inzwischen sagen, dass das traurige Schäden sind, keine Geister. Das passt besser. Ich weiß, was auch geil gewesen wäre, wenn Trolle tagsüber zu Steinen verwandelt wären und nur nachts bekämpfbar sind, weil sie dann halt nicht in ihrer steineren Figur sind. Wäre auch ein cooles Gimmick gewesen. Das ist nicht nur aus dem Hobbit, sondern das ist eigentlich generell auch aus den skandinavischen Jagen, äh sagen. So. Dass sie das nicht meiden. Da gab es doch mal den Netflix-Film zu so einem Troll, ne? Der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, er heißt doch einfach Der Troll. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, es ist nicht so schlecht. Ich bin auch selbst schuld. Wir sind hier wieder auf einer unsicheren Route. Ey, das ist mein Fall. Äh, macht der Troi da vorne eine Brücke? Okay. Ihr Genieus. Na, das ist ein Psycho. Ich muss mich erinnern, zu erzählen, was das ist. Und das ist eine Überraschung. Die hängen übrigens genau in der Speize, um da rüber zu kommen. Äh, Zyklop, Entschuldigung. Wenn wir keine Hoffnung haben, müssen wir alle Werkzeuge und Taktik an unserer Behandlung nutzen. Das war der sich ja nicht beharrt. Ich bin ein Mann, Mann. Ich wünsche dir eine Waffe, eine magische Kugel. Es scheint, wir haben in Rage gearbeitet. Wettbewerb wird nicht mit Rage zur Ergange beden. Wettbewerb ist sehr gut. Wettbewerb ist besser. Wettbewerb ist besser. Wettbewerb ist besser. Halt. Wettbewerb ist besser. ... und verbalancen. ... und verbauchten die Angelegenheit, wenn man die Throne schreit. Ich kann nicht versuchen, diese Feind zu tun, zu tun. ... und verbauchten Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist die Ecke, wo wir unten die Echsen bekämpft haben Kommt einfach mit, über die Brücke Kämpfen ist gerade nicht notwendig Er ist 5 Meter weiter wieder Das ist die Ecke, wo wir untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, ich kann das auch ausführen, ohne dass ich anvisiere Aber ich kann aus der Position heraus natürlich irgendwas benutzen Aber ich kann auch mit LB, mit dem Autoschuss Mit den Fähigkeiten arbeiten Tja, demnächst raus haben wir hier den direkten Weg nehmen können Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, 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 nein! Okay, reagiert nicht mit Feuer. Bleibt fern von mir, ihr werdet nur sterben. Ich habe gesehen, dass gerade jemand sterben wollte im Wasser. Da waren wir schon gegenüberliegend, auch wenn da gerade welche so fröhlich rumkämpfen. Also eigentlich müsste die Wand irgendein Feedback geben, wenn was zerstörbar sein soll. Wie den Fluss, den wir befreit haben. Deshalb, ein Explosionsschuss macht da auch keinen Unterschied. Da muss es irgendeine Alternative geben. Ostwald. Arp hier mit Köder beschwören und damit der rüberfliegen. Das ist am Mittagessen. Das ist eigentlich genannt. Das ist genannt. Das ist genannt. Das ist genannt. Ich bin sicher, dass wir ein Grund für das in Zeitpunkt finden. Dann kommen wir dann rein. Ich bin sicher, dass hungrig nombre geblieben ist. Und immer Spaß am Tanzschirr Puesweren muss sein. Auch wenn ja sie nicht schau fais screen. Schon gut. Ich kann das nicht jetzt gerne machen. Ich bin ehrlich, aber schon sehr wirken, ob meine Wiesen wie früher wegge Bin. Das stimmt kurz. Grippe rum. Er wirkt nicht sehr, äh, einladend. Ach, das ist Notarus. Ein weiterer Druck, um ihn runterzubringen. Ein fokussender Attack! Oh, Welle! Strike! Strike, Welle, Lance! Mit der Tauber ist müde! Da steht das heile Team schon wieder auf dem Wurm. Hm hm. Jetzt sagen wir doch mal, wie mache ich denn jetzt das Foto? Hm hm. Hilfsanzeige. Und jetzt? Das ist genau die Sache, ne? Jetzt bist du... Klar, jetzt kannst du das F12 machen. Aber ich finde, naja, das sollte irgendwie über Ingame gelöst sein. Ich finde, wir haben eine Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage. Nein! Abnehmen Sie die responsab��hale! Wunsch! Aber Rage-Rage! Und heir das F13 machen wollte! Weil die Dr Gad�� ver physiological corporatisch machen. Und er kann es nicht разделen, weil da bei uns ruft moins heils, Sehr schön. Ah, das ist ein Jagdbuch. Der ist alles drin, weil ich schon so gekauft habe. Spiel des Strangs Dogma 2 kam gestern raus, beziehungsweise in der Nacht. Hat aber relativ viel Kritik wegen Performance. Kann ich nichts zu sagen, weil mein Rechner sehr performant ist und es läuft okay. Bei mir in 4K. Und so ein paar andere Sachen ist den Leuten ein bisschen Oldschool mäßig. So, Gewicht mal ein bisschen umverlagern. Äh, Jagdbogen, das ist natürlich bestimmt der Bogen. Ne, wir haben Wolfsbogen. Und der Jagdbogen hat einen höheren Niederschlagwert. Und wenn ich den upgrade, ist der auch stärker als der Wolfsbogen. So, wie wir sind, haben wir durch unskathed. Über-confidence ist ein enemy in und von selbst. Let uns instead strive to better ourselves with every battle. Das wäre der Weg zurück. Das kann nicht sein, dass hier unten nur der Minotaurus ist. Danke für nichts. Use these flames to smite our enemies. Das ist ein wenig. Ich hab gesehen, wie der da runtergefallen ist. Juhu, Level 20, ich kann drei Kilo mehr tragen. Das einzig Wichtige beim Level Up. Ja komm, hoch hier. Das hier sieht schon ganz gut aus, um zum Dorf zu kommen. Der hat bestimmt das Dorf eh vernichtet oder zerstört, wo der herkommt. Aber wir sind jetzt genau auf der anderen Seite der Trümmer. Da vorne ist nämlich der versperrte Weg. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Dorf ohne Namen Die Questmarkierung ist falsch Die rätselhafte Siedlung Du wurdest geweint, das Dorf nicht zu betreten Richtig, weil Immer wenn man gesagt bekommt, mach das nicht Machen wir es natürlich nicht Moment, hieß der Verdi? Ist das hier ein Streik? Es ist wirklich Verdi Zurück an die Arbeit mit dir Es kann doch einfach ein Reisender sein, es muss nicht ein Händler sein Aber die meisten mit einem Tonister auf dem Rücken Sind Händler Oh, ihr habt schon von mir gehört Es ist nicht hier oder hier Es ist eine Frage von skill So, du sagst Aber du wagered Against our visitor Did you not? Und ich würde es wieder Look at that fool's face Ja, irgendwie tuscheln hier alle im Dorf Ein anonymer Brief, der die Formulierung Ein Stück Messing enthält Sprungwurmhaut Sprungwurmhaut Ah, du musst du die Visiter Ich habe so viel gehört Hast du ein bisschen Business hier in der Stadt? Du wirst du von unserer Stadt? Wie kannst du sehen, ist es ein einfaches Ort Tucked auf dem Eastern edge von Vermund Ist da alles, was ich mit dir helfen kann, Herr? Wie du möchtest, Herr Also ich frage jetzt noch nicht nach Arthur Ihr habt nicht mal Zimmer Nothing's free in this world Ja, die haben sich zu einem von diesem Stein zusammengetan Ja, die haben sich zu einem von diesem Stein zusammengetan So, Sturmschuss Zu Orkanschuss Wir können ja dennoch die einfachen Dinger Kann in der Bewegung verwendet werden Den Brandschuss benutze ich ja gar nicht Luchsauge Das finde ich richtig fies, weil Weiß nicht Weil es ja nicht gut zu steuern ist, das Anvisieren Also selbst wenn er super ranzoomt So, lernst Einwandfahrer Einwand... Mein Gott Einwandfreien Schutz Schützt vor allen Arten von Attacken Verbraucht in den großen Mängern Ausdauer beim Verteidigen Das ist ja nicht gut zu steuern ist, das ist ein Noch kurz in die letzten verbleibenden Gebäude reingucken. Du siehst genauso aus wie das Kind, dem ich geholfen habe. Ja und dann die Polizei hin und sagen, ich hab das Kind belästigt. Ich kenn dieses Spielchen. Ich denke, das würde ein Fähnchen werden. 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 Geht so. Aber ich erinnere mich daran, die Laterne mal auszuschalten. Hm. Ich denke, das ist ein Fähnchen. Ich denke, das ist ein Fähnchen. Aber wir müssen uns aufpassen. Ich denke, das ist ein Fähnchen. Die Höhle wird in den unterirdischen Bereich führen. Ich bin nicht interessiert. Tschüss, Geralt. Die Höhle wird in den Fähnchen. Ich denke, das ist ein Fähnchen. Ich denke, das wird ein Fähnchen. Ich denke, das ist ein Fähnchen. Greetings! I must say, I'm impressed by your intuition, sir. You find me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village if you have any questions ask away I should be glad to aid you beg pardon why would you ask such a thing a letter oh-ho you've made quite the discovery brass means imitating someone in thieves can't this letter means to say someone's taken on okay also irgendein Dieb macht das ja macht Sinn if aught about our humble village seems strange to you that is easily explained what is here that thieves are instructed in the skills they require to begin with those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude of course you are no exception that you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate which is to say you have my approval as the thief maester is there a lot else you care to ask you're curious what I know of you quite a bit I should think naturally I'm not the only one our village has its own network of spies and informants you see and your title tends to make you stand out among the rumors we collect der junge und der alte man you're the second arisen to come to vermont and you've allied yourself with captain brandt against the queen regent in response she's oops I mustn't say another word don't misunderstand I'm no ally of the queen regent I merely strive to maintain neutrality in political matters those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power such is our village code is there ought else you care to ask Arthur you say hmm I've lived in this village many a year but I can't say I've heard of someone by that name my apologies is there ought else you care to ask I take care then you sir are worthy of inheriting my ultimate technique once mastered will allow you to fail all foes both minuscule and mighty take it opus der legende er ist ja auch wieder eine fähigkeit für mein hauptwahrsein um klingen der einäschung zu lernen have no fear master I'll fear all right without you for a little while it is not our place to hurry the reason doch das ist ein übungs parcours für diebe und anderes gesöcks zu lange wartet die war sein bleiben hier schon mal automatisch oben stehen weil die ja eh versagen würden auch ja 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 Was ist das? Ja, das sind die Sprungwürmer. Das kannst du als Schurke noch nicht überwinden. Du müsstest doch eigentlich levitieren oder an Wänden laufen können. Und ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Und ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Ja, Diebesgilde. Da sind Händler von vorne. Ja. Du hast nicht verweigert, hast du? Du hast gut gemacht. Es scheint nur fair, dass ich irgendwelche Fragen auf dich beantworten. Komm schon. Frag es weg. Was kann ich sagen? Nicht viele Leute beschäftigen mit diesem Ort. Glücklich für mich, du war anders. Ich wusste, dass ich recht zu beten, in favor of die Arisen. Anyway. Most visitors get fooled into going up to the Manor. We send them packing with a trifle. And if they don't question it, good riddance. Anyone that complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. Vor allem hinten, die in der Ecke die ganze Zeit klatscht. Nein, wir wollen auch den falschen Souverän auch fragen. Das sind Diebe. Ich habe es zweitausendmal erwähnt, dass das eine Diebesgilde hier ist. Das all you wanted to ask? Vor allem, Dara war in der Lage, um den nächsten Thiefmeister zu werden. Aber er verletzt. Er hat eine große Angelegenheit in der Kastung während der Trial. So, der Titel fällt zu mir. Das ist, wenn er ausging, sagt er, dass er die Schmer in seiner Kastung auf die Kastung als die Arisen. Und was ein Schmer das war, ey? Now he gets to sit pretty on the best seat in the Kingdom. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to leave behind a shred of evidence. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in the lap of luxury after breaking our code. Me thinks, he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Handbuch der Diebe. Benutzen, um formlosen Gegenschlag zu lernen. Auch für Hauptbar sein. Achso, die sind gerade alle außerhalb. Ich weiß, du hast ja auch gesagt, wir sollen, äh, kommen und das habe ich dann auch erfüllt. Ich hatte gehofft, dass man dann vielleicht hier unten noch irgendwas erlernen könnte. Gar nicht schlecht. So, und jetzt raub ich euch noch ein bisschen aus. Ja, da ist zum Beispiel eine Nahkampfwaffe für den Dieb drin gewesen. Diebesgamaschen. Fisch. Irgendeine Abkühlung. Ah, und da ist die Tür, die wir hierhin geht. Soviel zu der Diebes-Sache. Der einzige Händler ist, glaube ich, ein Tränkebrauer hier. Hm. Ich wechsle zu überhaupt nichts. Wenn du umwechselst, kostet dich das auch Punkte. Das sind Sachen, die explizit für Diebe sind. Du könntest theoretisch mit der Silber in Rapier arbeiten. Sie bieten hier auch andere Rüstungen an. Oh, money. Oh, money. Oh, money. Ja, aber meine Hose, also meine Kleidung ist ja schon besser. Also meine Brust. Aber es ist halt wieder was, wo ich denke, äh, what the fuck, ey. So, der Wallbrecher wäre nur ein bisschen besser, aber den kann er gar nicht tragen. Das ist für ein Dieb. Geil. Ist aber auch nur minimal besser. Ich komme weiter, sei ja. Die Kapuze sah beim Basalen gut aus. Ja, aber die ist nicht viel besser. Also. Dadurch verliert der Elementar- und Schwächungswiderstand von der anderen Kapuze. Dafür ist Klingenwiderstand auf 10 erhöht. Ah, ich weiß auch nicht. Das ist ein reines optisches Diebitte. Und das heulende Ding ist der Schlagwiderstand anstatt Klingenwiderstand. Das haben wir jetzt nur für die Optik getan. Die haben wir doppelt. Sonst würde das nicht angezeigt werden. Nicht den Quest-Gegenstand verkaufen. Danke. Fänger durch Feuerangriffe erlitten in Schaden. Das ist ein reines optisches Klingenwiderstand. Das ist ein reines optisches Klingenwiderstand. Ich muss immer gucken, der ist doch nicht geupgradet. Bestimmt den Jagdbogen, der ist auch noch überflüssig. Den hatten wir mal eingesammelt. Du kannst ja nichts verkaufen, was du gerade ausgerüstet hast. Da muss man aber immer wieder dran denken. Was man deshalb die Sachen gerade nicht sieht. So, wir lagern eben nochmal ein, dann rasten wir und dann muss ich mit dem Hund mal eben raus. So, die Arzneien bleiben ja drin, die verwelkten können auch rein, das können wir alles kombinieren, wenn wir mal hier sind, also beziehungsweise wenn wir in der Nähe vom Lager sind, das kann auch rüber, die Sachen müssen wir weiterschleppen. Lager ruhig mal 15 der Ölpfeile ein. Die benutze ich ja theoretisch eh nicht. Ne, die benutze ich sogar ganz ehrlich nicht, benutze ich ja nur Explosionspfeile. Schön ausruhen! Leo, du siehst einfach geil aus. Ein richtiger Hero. Vielen Dank. Tschüss. maraBed